Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Es gibt ein neues Update für Luminar AI auf die Version 1.2.0 und mit diesem Update kommen Neuerungen, auf die, denke ich, viele von uns gewartet haben. Zum einen bearbeitet jetzt zum Beispiel das Tool Himmel AI endlich auch Spiegelungen in Wasserflächen. Und auch endlich hat man jetzt die Möglichkeit, Texturen im Tool lokale Masken verschieben und verzerren zu können. Aber es ist jetzt nicht nur möglich, Texturen verschieben zu können, sondern ganz neu kann man jetzt auch transparente PNGs einfügen. Außerdem wurde noch der Vorlagenbereich etwas aufgeräumt und dadurch benutzerfreundlicher gestaltet und natürlich werden auch noch einige neue Kameras und auch Dateiformate, wie zum Beispiel verlustbehaftet komprimierte CR3-Dateien oder auch RAF-Dateien unterstützt. Also, es gibt einiges Neues. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal genauer am Computer an. So, und da bin ich auch schon in dem abgedateten Luminar AI und ich gehe auch gleich mal über zu der ersten neuen wichtigen Änderung und zwar in dem Tool Himmel. Dazu öffne ich mir mal dieses Bild mit einer Wasserfläche. Wechsel auch gleich mal auf den Modus Bearbeiten und hier in das Tool Himmel. Da fällt sofort auf, dass das Tool Himmel jetzt ganz anders aussieht. Angefangen mit dem großen Button hier oben und wenn ich da draufklicke, dann sehe ich meine Himmel. Das vereinfacht natürlich die Himmelauswahl enorm. Ich wähle jetzt auch mal diesen Himmel hier aus. Dann sieht man sofort, es entsteht eine Spiegelung im Wasser. Man sieht aber auch, dass das Tool komplett neu strukturiert ist. Das beginnt hier mit diesen Tabs hier vorne, die ich jetzt alle aufmachen kann und da die einzelnen Bearbeitungsbereiche für das Tool aufmachen kann. Also begonnen mit Ausrichtung, Übermaske verfeinern, Szene neu belichten, Spiegelung und Himmelsanpassung. Und auch hier gibt es Neuerungen, wie zum Beispiel, dass ich den Himmel jetzt auch drehen kann. Das heißt, ich kann jetzt auch bei schiefen oder schrägen Horizonten einfacher meinen Himmel ersetzen. Es gibt jetzt hier auch noch die Möglichkeit des horizontalen Versatzes. Das heißt, ich kann den Himmel nach rechts oder nach links schieben. Dabei wird er allerdings auch immer etwas vergrößert, damit das Bild gefüllt bleibt. So und hier unten ist jetzt der völlig neue Punkt, der dazu gekommen ist und zwar Spiegelung. Und hier sieht man, wie schön ich die Spiegelung ganz ausmachen kann oder dann immer stärker reinrechnen kann. Und wie man sieht, funktioniert das auch super gut. Also es wird alles, was nicht zur Spiegelung gehört, super rausmaskiert. Es ist im Übrigen auch so, dass wenn ich den Himmel oben verschiebe mit dem vertikalen Versatz, dass dann die Spiegelung immer mitwandert. Also das Tool, das gefällt mir jetzt wirklich richtig, richtig gut. Und da es hier einen komplett neuen Aufbau gibt, wird es von uns auch ein ganzes Video zu diesem neuen Himmelstool geben. Und zwar schon am nächsten Freitag, wo wir uns dann nochmal sehr intensiv damit beschäftigen werden. Kommen wir mal zur nächsten Neuerung. Dazu wechsle ich auch nochmal mein Bild und zwar auf dieses hier. Die wurde von uns auch heiß ersehnt und die finden wir im Toolbereich Lokale Masken. Und dahin wechsle ich jetzt auch gleich mal. Und da im Bereich der Texturen. Ich rufe mir mal das Texturtool auf. Und hier hat sich am Erscheinungsbild erst mal soweit nichts verändert. Aber ihr werdet gleich sehen, ich öffne mir mal eine Textur. Und da öffne ich mir jetzt auch mal ein Wasserzeichen von mir, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, diese Texturen frei zu transformieren. Dazu ist dieser Button dazugekommen, Textur platzieren. Wenn ich da draufklicke, dann sieht man, bekomme ich hier solche Anfasser an den Bildecken. Und wenn ich das jetzt formatgleich verkleinern oder vergrößern möchte, dann muss ich die Shift-Taste gedrückt halten. Dann verändert sich mein Texturformat überhaupt nicht. Und dann kann ich jetzt hier diese Textur schön klein machen, an die Stelle schieben, wo ich sie gerne haben möchte. Zum Beispiel hier unten in der Ecke. Ich kann die Textur aber natürlich auch verzerren. Ich kann sie länger laufen lassen. Ich kann sie auch schmaler laufen lassen. Ich kann die Textur drehen. Also ich kann alles damit machen, was vorher auch in dem Ebenenmenü zum Beispiel von Luminar 4 möglich war. Und kann dann noch die Opazität so anpassen, dass diese Signatur entweder ganz, ganz doll leuchtet oder so halb durchscheinend in dem Bild erscheint. So, und ihr wundert euch jetzt vielleicht, dass ich gar nichts an dem Mischmodus verändern musste. Der steht immer noch auf normal. Das liegt daran, dass man jetzt in diesem Textur-Tool auch PNGs einfügen kann. PNGs, die durchsichtig sind. Ja, also ich habe jetzt hier zum Beispiel ein PNG genommen mit weißer Schrift auf durchsichtigem Grund. Das heißt also, das funktioniert jetzt hier ähnlich wie bei dem Augmented Sky, wo ich Objekte in den Himmel einbauen kann. Aber da funktioniert das ja eben nur im Himmel. Und hier kann ich jetzt solche Objekte, also so durchsichtige PNGs, in dem gesamten Bild einfügen und brauche an dem Mischmodus nichts zu verändern. So, und dann komme ich mal zur dritten Änderung im Programm. Und die bezieht sich auf den Vorlagenbereich. Denn hier wurde die Oberfläche deutlich benutzerfreundlicher gestaltet. Jetzt sehe ich hier auch meine Favoriten, meine Vorlagen, die gekauften und auch die älteren Vorlagen hier richtig schön als farbige Buttons, die gleich ins Auge fallen. Vorher war das ja hier mit so einem Zauberstab-Icon und einem Sternchen abgetrennt von den restlichen Vorlagen. Und hier kann ich dann direkt in meine Vorlagen springen und dann sehe ich die hier immer so als kleine, runde Icons oder auch die gekauften. Ja, also deutlich aufgeräumter und keine Unterschiede auch mehr hier in der Icon-Größe. Denn da hatte man immer so ein bisschen den Eindruck, dass einige Vorlagen wichtiger sind als andere. Ich sehe jetzt hierbei wesentliches Nahaufnahme und Landschaft in der gleichen Größe wie dann auch meine Landschaftsvorlagen. Hier keine Gewichtung mehr. Ja, insgesamt finde ich ein gelungenes Update mit zwei Funktionen, auf die ich wirklich gewartet habe. Da beziehe ich mich nochmal auf das Himmels-Tool und das Textur-Tool. So, und natürlich wurden dann auch noch weitere Kameras und auch Dateiformate, die vorher noch nicht unterstützt wurden, hinzugefügt. Welche das genau sind, da findet ihr unten in unserer Videobeschreibung einen Link. Da kommt ihr zu einer Liste von Supported Kameras. Da könnt ihr nachlesen, ob eure Kamera jetzt dabei ist. Ja, und dann hoffe ich, dass auch das Video euch wieder gefallen hat. Dann freuen wir uns natürlich wie immer über ein Like von euch. Sollte euch Luminar AI jetzt interessieren, findet ihr auch unten in unserer Videobeschreibung einen Link zur Skylum-Seite. Vergesst dabei bitte immer nicht, dass ihr mit unserem Rabattcode Luminar AI 10 Euro günstiger bekommt. Ja, und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und dann sehen wir uns auch ganz bald wieder. Bis dahin, euer René. Chris. Musik. Vielen Dank.